Mit dem nächsten einatmen, das rechte Bein umstrecken in Verlängerung zur Wirbelsäule, versuch noch Fuß und Oberschenkel nach innen zu drehen. Mit dem nächsten einatmen, Fuß und Oberschenkel nach außen drehen, öffne dich im Becken. Ein und aus, Knie unterm Bauch durchziehen, Gewicht nach vorne verlagern, auf die Zehen des linken Fußes kommen, ein, wieder strecken und aus, ein und aus. Ein und den rechten Fuß nach vorne setzen, dick anheben, einatmen, Hände zusammen, aus. Ziehe die Muskulatur der Oberschenkel, linke Kniescheibe hochziehen, Hände aufeinander pressen, Bauch anspannen. Ein, linke Hand aufsetzen, rechts oder links neben dem rechten Fuß. Hoch, auf den Rücken legen, Handrücken auflegen, rechte Schulter zurückziehen. Einatmen, einatmen, lösen, linken Fuß quer stellen, rechte Hand neben dem rechten Fuß. Ein, linke Hand unter der linken Schulter aufsetzen, linke Ferse anheben. Jetzt wieder die Muskulatur fixieren und in der Brust öffnen. Ausatmen, absetzen, eins, und dann in die Planke kommen. Ausatmen, hinabschauen. Mit dem nächsten Einatmen das linke Bein nach oben strecken. Halten. Einatmen, Fuß und Oberschenkel nach außen drehen, öffne dich im Becken. Ein, wieder zurückdrehen und aus, das linke Knie unterm Bauch durchziehen, einstrecken und aus. Ein und aus. Ein, Fuß nach vorne setzen, aus. Ein, Bauch anspannen, Oberschenkel, Hände vor die Brust, ein. Hände fest aufeinander, über die linke Schulter nach hinten schauen, rechte Kniescheibe hochziehen, wenn du kannst. Rechte Hand links oder rechts neben dem Fuß absetzen, linken Arm senkrecht mal. Dann den Arm auf den Rücken legen, Schulter zurückziehen. Einatmen. Einatmen, zurückdrehen, rechts. Einatmen, zurückdrehen, rechts. Rechte Hand unter der rechten Schulter, rechten Fuß quer stellen. Ein, rechte Hand aufsetzen, rechte Ferse abheben und dann linken Arm senkrecht. Wenn du deinen Körper fixiert hast, haften Bauch, Gesäß, Oberschenkel. Dann öffne dich in der Brust, ziehe Schulter, linke Schulter, Arm und Hand zurück. Und dann lösen, einatmen und aufsetzen, aus und aus. Wir kommen jetzt zum seitlichen Brett. Du drehst dich einatmend auf die rechte Seite. Du kannst erst zur Hand schauen. Beide Füße aufeinander oder den linken Fuß vor den rechten nehmen. Ausatmend in die Planke und die Schwebehaltung. Ein und aus. Beide Füße. 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 Untertitelung des ZDF, 2020